Sarah Engels wurde durch die Castingshow Deutschland sucht den Superstar bekannt, bei der sie 2011 den zweiten Platz belegte. Bereits 2009 und 2010 versuchte sie dort ihr Glück, schaffte es aber nicht in die Live-Shows. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie die Sängerin zu dieser Zeit aussah? In all den Jahren hat sie sich nämlich ganz schön verändert. Hier trug Sarah eine wilde Lockenmähne und einen schrägen Pony. Außerdem wagte sie sich an ziemlich extravagante Looks. Auftritte in verspielten Kleidern, wie zum Beispiel in diesem Rüschen-Dress, waren keine Seltenheit. Auch in diesem Kleid zog sie sicherlich alle Blicke auf sich. Der große Notenschlüssel ist dabei ein besonderer Eyecatcher. Die Klamotten dürften gerne auch ganz schön knapp ausfallen, so wie dieses hier. Hier sieht sie aus wie ein echtes Showgirl. Wie man sieht, standen Glitzersteine und Pailletten damals hoch im Kurs bei der Sängerin. Bei ihrer DSDS-Teilnahme 2011 war Sarah Engels noch nicht einmal 20 Jahre alt. Ihre Gesichtszüge waren demzufolge noch sehr jugendlich. Nicht nur die DSDS-Fans waren damals von Sarah angetan. Auch Mitstreiter Pietro Lombardi war ganz verzückt nach der schönen Brünetten. Die beiden wurden während ihrer gemeinsamen DSDS-Zeit ein Paar und standen gleichzeitig als Konkurrenten auf der Bühne. Sarah und Pietro schafften es ins große Finale, wo sie gemeinsam ein Duett performten. In diesem Hochzeitslook sah Sarah einfach umwerfend aus. Die beiden heirateten auch im wahren Leben und bekamen einen gemeinsamen Sohn. Die Ehe wurde allerdings 2019 wieder geschieden. Inzwischen ist Sarah zum zweiten Mal verheiratet. Mit ihrem Ehemann Julian Büscher bekam sie Ende 2021 eine Tochter und genießt ihr Familienglück in vollen Zügen. Optisch ist Sarah heute noch genauso wunderschön wie früher bei DSDS. Wahnsinn, wie sehr sich Sarah Engels im Laufe der Zeit optisch verwandelt hat. Aus dem süßen DSDS-Sternchen von 2011 ist inzwischen eine erwachsene, junge Powerfrau geworden, die noch heute erfolgreich im Musik- und TV-Business mitmischt und mit ihrer sympathischen Art begeistert. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020